Oh, wer überholt? Oh, der überholt sich nicht! Oh, du Lacke! Du Lacke! Du ehle, Digga Lacke! Konnichiwa, meine lieben Ninjas, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Move or Die! Zusammen mit MGMUS mit und zwei Bots. Guten Tag! Okay, schauen wir mal, was so für Maps kommen diesmal. Cleanup Crew als Start. Wieso leckt das bei mir so krass? Bei mir hört es jetzt aber gerade auch ein bisschen. Ja! Blöder Bot! Ja! Ja, komm! Geht schon gut los, der. Komm, wir werden es direkt weiter so machen. Ne, ne, das wird heut nix. Ein Bot ist raus? Fuck, fuck, fuck! Ja! Dann gibt er mir die Bombe noch, der Dreckslacker! Oh, will ich. Mein Spring-Bot! Nein! Oh, come on! Das gibt's doch nicht! Das ist ein fucking Bot, wie hat er das gemacht? Wir haben da eigentlich ficken. Das ist dein Spiel. Deins! Nein! Der Grüne! Das ist ein Bot! Was macht der hier? Was macht der hier? Gegen dich gewinnen! Dich ficken! Und das ganz hart in den Hintern! Come on, ey! Wen wird er eigentlich verarschen? Ja, jetzt kommst du da in der Mitte! Ja, genau, du Penner! Das war so klar! Dankeschön! Du Penner! Als ich nicht gesehen hab, du kommst da oben, war mir klar. Du hier ist sowas von weggeblüht. Warum ist du überhaupt einen Bot groß? Ich versteh ich's nicht! Ja, würd ich auch gern wissen! Du Lacka! Mann, ey! Wo? Aber mich knatzt der Bot! Der Bot, ey! Vielleicht ist das gar kein Bot! Und der tut nur so! Der hat sich nur so genannt, oder? Ey! Der lässt mich hier unten rein! Das ist ein Bot! Der ist zurückgelaufen! Nein! Was mach ich? Der läuft unten lang! Oh, wer wollte? Oh, der wollte ich nicht! Oh, du Lacke! Du Lacke! Du edeliger Lacke! Das gibt es nicht! Wie viel Lacke muss man haben? Ja, können! Weil ich mich immer noch frage, warum ein Bot gequittet ist! Die Bots wollten mit uns nicht spielen! Nein, du Lacke! Du weißt doch! Irgendwann springe ich, ne? Weißt du, an was mich das immer erinnert? Am früher iToy! Wischi Waschi! Okay! Kennst du das noch? Nee! Du hast erkennt Wischi Waschi nicht von iToy! Nee! Als ich damals die Playstation bekommen hab, die zwei, da hatte ich nur, nur fucking iToy! Jawohl, ich hab einen gegessen! Jawohl, geh hoch! Jawohl! Ja! Ja! Das ist der! Das gibt es nicht! Jawohl! Du Lacke! Ohne Witz! Gratispunkte! So viel Lack kann man doch nicht haben, oder? Jetzt wird's langsam eng! Oh, gerade nur! Nein! Nein! Das gibt's nicht! So viel Lack kann man doch gar nicht haben! Jawohl! Nein! Jawohl! Nein! Jawohl! Nein! Jawohl! Nein! Jawohl! Nein! Was denn jetzt? Entscheide dich mal, Junge! Hab ich schon! Ready? Go! Haha! Da wollte ich dich jetzt schon weglocken! Mir doch, Banane! Der Grüne blockt dich, ne? Ja, ein bisschen! Nein! Nice! Damn! Du winst! Völlig verdient! Ja, komm! Verdient! Weil einmal wieder Glück! Pff! Schon wieder grün! Was ist denn hier los? Aber dann macht er den Jump des Todes, ey! Ohohohoho! Der Penner! Der haut sogar dich aus! Und wie! Richtig zerstört! Alter! Go! Ja, dass er immer in deiner Seite kommt! Was für immer! Ja, pff! Willst du mich verarschen?! Willst du eine ehrliche Antwort sagen?! Nein! Nein! Jetzt hat er den richtig lang! Nein! Er kommt nochmal ran! Jawohl! Haha! Da hat er Glück! Das ist dein Ding! Schnell auf... Ne, ne, deins! Deins! Go! Die Map schon wieder, ey! Hast du diese? Nein! Ich verkack's! Nein! Ich geh zu weit links! Ich probier noch als Potenzial... Als Geist hinterher zu sehen! Das schaffst du nicht, weil du zu viel langsamer bist! Nobody wins! Farbrosh, da hast du zuletzt immer mich abgezogen! Ja, aber heute... Äh, diesmal nicht! Ja, genau! Lauf mir nach! Nein, du locker! Yes! Yellow... Das gibt es nicht! Putztrupp, dein Ding! Ganz klar! Nee! Nee, du bist die Putzschlampe! Ja, aber dein Ding! Was mach ich da? Glück gefallen! Ich depp! Ja! Ah! Ah, come on! Rückschlag! Dein Ding! Haha, mein Ding! Mich zerstört! Jedesmal dieser fucking Bot! Jetzt schon wieder fast! Wer stirbt er? Ja! Ja! Ja, fuck! Es war aber knapp! Sieg ist Sieg! Ja, ich krieg die wieder direkt, oder was? Ja! Haha, er hüpft gewonnen! Nein! Da hat es raus! Du Lacke! Du Lacke! Ja! Nein! Nein! Das war ja die allerletzte Sekunde! Das nennt man Lacke! Oh! Das nennt man Puren-Skill! 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 Nee! Das hat mit Skill nichts mehr zu tun! Nein! Ich wollte nur mit Gewürfen! Nein! Was mach ich? Du bist eh so! Ja! Sag ich doch! Aber ich wollte es nochmal sichern! Außerdem hab ich auf oben gar nicht geachtet! Haha! Ich hab einfach gemacht! Das ist wieder dein Ding! Na, deine Map ist das halt! Nein! Aber ich bin vor dir! Jawoll! Wirklich! Nee, bei mir steht, ich bin vor dir! Bei mir steht, ich hab zwei Punkte und bin Zweiter! Bei mir steht Zweiter und zwei Punkte! Bei mir auch! Mal gespannt, wer dann am Ende zwei kriegt! Ja, grün kriegt auf alle Fälle fünf! Ja! Genau! Verdient! Ich bin noch verarscht vom Spiel! Was war das für ein Spiel? Ah, Brunnen! Ich komm mal rüber zu dir! Fuck! Ja, bei drei Blöcken sollte man es nicht machen! Ja, ich hab halt mit gerechnet diesmal! Hätte ich nicht mit gerechnet, wäre es das wieder gewesen wahrscheinlich! Nein! Da hast du den Fehler gemacht! Ja, weil ich dich nicht erwischt hab! Ja, der stirbt zuerst! Ciao! Boah, jetzt zieh ich davon! Ja! Zieh ich davon! Ready? Go! 5, 4, 3, 2, 1... Oh, diesmal... Oh, du bist tot! Du hast dich zu wenig bewegt oder so! Hä? Ich wollt grad sagen... Ich hab dich bewegt wie ein Blöder! ...diesmal... du bist aber zu oft gesprungen, glaube ich! Weil ich wollt sagen, diesmal gewinnst du, aber dann war es vorbei! Wie ich direkt richtig gehüpft bin! Du Lacker! Nein, nein! Da war es vorbei! Come on! Gib doch die fucking Krone, ey! Da komme! Ja, das gewinne ich! Das gewinne ich! Da holt ihr nichts! Oh, Menno! Da zieh ich ganz schön davon, ne? Nach der letzten Folge zerstör ich dich hier ganz schön, muss ich sagen! Ich muss dich ja gewinnen lassen, weil... Gehst du von mir runter? Damit hab ich gerechnet! Ah, du Pisser! Jawohl! Ja, ich muss dich ja gewinnen lassen! Naja, jetzt kommen die ausgehen! Die billigen ausgehen! Die billigen ausgehen! Die richtig billigen ausgehen! Wie wir beide runterfallen! Ja! Ja komm, lauf weg, Grüner! Nein! Ich nehm dir das Ding ab! Ich spring genau rein! Ich Idiot! Das gibt es nicht! Ah, ich wollt grad sagen, der holt sich nochmal! Ne, ne! Zucker Schock! Da werd ich ja immer verarschen! Ja, wie jetzt zum Beispiel! Ist klar! Come on! Oh, der nimmt uns weg! Wer kriegt das? Nein! Das geht rück! Oh, come on! Wem wollen die verarschen? Dich mal! Rückschlag! Jetzt fisse dich der Grüne erstmal hart! Das ist dein Ding! Das ist dein Ding! Sudden death! No more life regeneration! Fuck! Ich hab' dich mitgenommen! Fuck! Eigentlich wär' ich als Erster gestorben, aber ich dachte, komm aus nochmal auf Kacke! Ist das Ding vom Grün? Go! Nein, das ist dein Ding diesmal! Findest nicht voll! Nein! Ja, du bist an derselben... Bei mir steht 2-2! Was steht bei dir? Bei mir... 2! Also du bist Zweiter bei dir? Ja... Ich hab' auch bei mir! Ich bin gespannt! Was ist mit dem Grün los? Hat der Crack genommen? Der hat den anderen absorbiert und ist deswegen besser! Wahrscheinlich! Das wird's sein! Komm, und er kriegt zwei Punkte! Farbrosh, come on! Ich muss nur gewinnen! Ich muss nur gewinnen! Nur! Ja, läuft er mir wieder nah! 5... 4... 3... 2... und gewinnen eine Runde während des plötzlichen Todes! Habe ich beides bekommen! Und, was kriege ich aus der Kiste? Oh, Pumpkinhead! Ich kann noch nicht reingucken! Level Up! Jetzt drücke ich mir mal um die Box zu öffnen! Oh! Und ich hab... Und! Ein Spiel! Ghostscare! Ah! Ghostscare! Das kennen wir schon! Ja! Jetpack-Motation habe ich noch gekriegt! Was ist Jetpack-Motation? Achso! Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo! Schaut da bei unseren Privatkanälen vorbei! Bis dann, haut rein! Ciao! Ciao! Ciao!